Damit Sie die Dateien Ihrer Patienten in das Smelfi-App importieren können, müssen Sie über ein Konto bei Google Drive, Dropbox oder eCloud verfügen. Die eCloud-Verbindung ist bereits auf Ihren iOS-Geräten verfügbar und bedarf keine Extraschritte. Um auf Ihr Google Drive und Dropbox hineingreifen, müssen diese zuerst mit Ihrem Smelfi-Konto verbunden werden. Installieren Sie vorzugsweise zuerst die Dropbox-App und oder die Google Drive-App auf Ihrem Gerät und melden Sie sich an. Gehen Sie dann in Ihrer Smelfi-App zum Menü und wählen Sie Konto aus, das sich in der unteren linken Ecke des Bildschirms befindet. Tippen Sie auf Weiter in der unteren rechten Ecke Ihres Bildschirms. Hier finden Sie die Verbindungs-Apps Google Drive und Dropbox. Tippen Sie auf Verbinden. Geben Sie Ihr Login-Daten ein und geben Sie Smelfi die Erlaubnis, auf die Daten auf Google Drive oder Dropbox zuzugreifen. Tippen Sie auf OK und schon sind Sie verbunden. Zu Ihrer Sicherheit diese Verbindung muss von Zeit zu Zeit erneut erstellt werden.